Moin Gartenfreunde, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Gartenzeit und im heutigen Video zeige ich euch, was ihr jetzt schon im März auspflanzen könnt bzw. aussehen könnt. Ich habe euch eine Liste erstellt, wo ich euch zeigen werde, was ihr direkt schon ins Freiland aussehen könnt und was ihr nur im Gewächshaus bzw. bei euch zu Hause, beispielsweise auf der Fensterbank vorsehen solltet. Ja, es sind einige Sachen, deswegen würde ich sagen, lehnt euch ein bisschen zurück, genießt das heutige Video, lasst ganz gerne ein Like und ein Abo da und falls ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Als ersten Punkt habe ich mir den Radieschen aufgeschrieben, denn Radieschen ist das, was ich bei mir selber persönlich als erstes rausklanze, denn sie sind ein sehr schnell wachsendes Wurzelgemüse, die innerhalb von wenigen Wochen, meistens 3, 4, 5 Wochen nach der Aussage, schon wieder geerntet werden können. Sie benötigen einen locken, gut durchlässigen Boden der regelmäßigen Bewässerung, das reicht auf jeden Fall im Frühjahr aus, denn im Frühjahr ist es noch schön regnerisch, wechselhaft und da reicht eigentlich meistens sogar der normale Landregen aus. Und Radieschen sind auf jeden Fall für Anfänger sehr gut geeignet. Als zweitriste meiner Liste stehen die Möhren, denn sie sind ein langsam wachsendes Wurzelgemüse, das tiefen, lockeren, strukturierten Boden bevorzugt, um sich entwickeln zu können. Die Aussaat erfolgt in Reihen mit ausreichendem Abstand, da müsst ihr auf jeden Fall auf die Packung kaufen von eurem Saat, gemischt sage ich mal und da steht da hinten drauf, in welchem Abstand die Samen gesetzt werden müssen. Meistens sind es ungefähr 10-15 cm, wäre auf jeden Fall besser, je mehr desto besser. Zudem ist eine regelmäßige Bewässerung wichtig, um das Wachstum gerade und gleichmäßig zu halten. Wichtig, wie gesagt, da müsste man drauf gucken, ob es im Frühjahr beziehungsweise jetzt im März und April halt genügend regnet. Wenn der Boden zu trocken wird, müsst ihr auf jeden Fall nachhelfen mit der Bewässerung. Da sind wir schon bei Punkt Nummer 3 und da steht mein Spinat. Ich liebe Spinat über alles und Spinat ist kälter und frosthart. Es gibt viele Blattgemüsesorten, die schnell wachsen und schon eine Frühlingserde ermöglicht. Spinat bevorzugt einen gut durchlässigen Boden und eine sonnig bis halbschattigen Lage im Garten. Also jetzt nicht direkt in der vollen Sonne und auch nicht direkt im vollen Schatten, sondern so 50-50. Das ist halt für den Spinat am besten. So, jetzt kommen wir zu den Salaten wie beispielsweise Kopfsalat, Felssalat, Rucola oder Endiviansalat. Wie gesagt, es gibt verschiedene Salatsorten, sie haben unterschiedliche Ansprüche am Boden und an das Klima, aber im Allgemeinen mögen sie ein kühles Wetter und gleichmäßige Feuchtigkeit und die können wir jetzt noch im Februar, im März und im April zu garantieren. Dann sind wir schon bei den Erbsen, denn Erbsen sind kletternde oder buschige Hülsenfrüchte, die Ranghilfen benötigen. Das ist wichtig, damit sie gut wachsen können. Sie lieben ein kühles Wetter und können auch im Herbst für eine spätere Ernte gesät werden und man sollte regelmäßig die Reifenhülsen entfernen und das fördert nämlich den Nachwachs von Erbsenschoten. Jetzt kommen wir zum Kohlrabi, denn Kohlrabi kann auch in Containern angebaut werden und ist eine gute Wahl für kleinere Gärten. Kann auch beispielsweise in Blumenkasten angebaut werden, auf der Fensterbank oder auch einfach ganz normal im Garten. Sie benötigen nur einen lockeren und gut durchlässigen Boden und ausreichend Platz für die Entwicklung der Knollen. Wiederum ein bisschen schwieriger ist die Rote Beete, denn Rote Beete ist ein vielseitiges Gemüse mit süßem Geschmack, das roh, das gekocht oder eingelegt genossen werden kann. Sie benötigen tiefen, gut durchlässigen Boden und eine ausreichende Wasserversorgung für ein gleichmäßiges Wachstum und die Blätter der Roten Beete sind ebenfalls essbar und können beispielsweise zum Spinat, den wir vorhin schon erwähnt haben, zubereitet werden. Jetzt kommen wir mal zu den Zwiebeln und zwar zu den Frühlingszwiebeln, die ich habe, die Lauchzwiebeln. Sie sind eine Mehl-Zwiebelsorte, die roh oder gekocht werden kann. Die Aussaat wird in der Reihen ganz mal mit einem ausreichenden Abstand vorgenommen, damit man den Wachstum zu den anderen Zwiebeln nicht behindert und sie wachsen sehr schnell und können nach wenigen Wochen nach der Aussaat wieder schon geerntet werden. Also das ist auch eigentlich was für Anfänger, beziehungsweise für alle die Zwiebeln, Lauchzwiebeln und generell normale Zwiebeln mögen. Eine weitere Sorte, die ich ganz gerne anbaue, ist der Mangold. Er schmeckt nicht nur lecker, sondern er kann auch wieder regelmäßig geerntet werden und das regelmäßige Entfernen der äußeren Blätter fördert das Wachstum für neue Mangoldblätter. Jetzt vom Knackigen kommen wir zu den Gewürzen und zwar zur Petersilie. Denn Petersilie kann nicht nur als Garnierung, als Zutat in verschiedenen Gerichten verwendet werden, sondern kann auch einfach roh gegessen werden und kann auch wie gesagt als Gewürz verwendet werden, weiterverarbeitet werden und es schmeckt einfach immer lecker. Petersilie benötigt nur einen gut durchlüfteten Boden, eine halbschattige bis zum sonnigen Lager, also so halbschattig, halbsonnig wie man es auch nennen mag und kann wie gesagt auch regelmäßig geerntet werden und wächst auch sogar gut in Töpfe und Kräuterbeeten, Hochbeeten sowie einfach im Blumentopf. So als weiteren kann man auch Schnittlauch anbauen, Knoblauch, Zwiebeln, Buschbohnen, Zuckererbsen, Brokkoli, Grünkohl, Chinakohl, Wösinkohl, Weißkohl, Roterkohl, Fenchel, Stangensellerie, Zucchini, Gurken, Kürbisse. Nur bei den Kürbissen und bei den Gurken würde ich das am besten schon irgendwie im Gewächshaus oder auf der Fensterbank vorziehen und nicht direkt die Samen ins Freiland packen. Nur so als kleiner Hinweis. Ansonsten kann man auch noch Mais vorziehen, Paprika kann man vorziehen, Tomaten kann man vorziehen, Aubergine kann man vorziehen, Kartoffeln kann man jetzt schon vorbereiten bzw. ins Licht packen, damit die schön austreiben. Den Spargel kann man vorbereiten, Antischocken kann man noch aussehen. Ja genau. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wenn ihr noch die Liste erweitern könnt, dann schreibt mir gerne mal unten rein, was ihr jetzt im März schon ausseht. Ich schreibe euch nochmal die ganze Liste unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr euch das nochmal alles durchlesen könnt. Von A bis Z, alle Sachen, die ich heute erwähnt habe, stehen nochmal unten in der Videobeschreibung drin, damit ihr es nochmal ganz einfach nachlesen könnt. Ja, ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr ja, lasst ganz gerne ein Like und ein Abo da. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare rein und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg beim Anbauen, beim Vorzüchten und beim Einpflanzen in eure Beete. Gutes Gelingen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.